Ha, wenn ich das hier gerade sehe, dann müsste ich eigentlich mal was ausprobieren. Das habe ich jetzt neulich irgendwo mal gesehen. Und mich würde einfach interessieren, ob das in meinen Clown auch klappt. Offenbar. Ja, coole Sache. So, äh, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich will eigentlich wieder nach Heim. Nach Zuhause. Nach Zuheim, nach der Hause. So. Äh, wo war denn das jetzt eigentlich? Hier haben wir auf jeden Fall einen hübschen Wald. Da ist es auch gar nicht so kalt, wie da draußen auf dem Eisefalt oder so ähnlich. Hier gibt es aber gar nicht so wenig Kürbisse, muss ich sagen. Das finde ich ja fast sympathisch. Das hier ist der... Oh, ein Schaf. Mit schwarzer Wolle. Dankeschön. Oh, da sind wir rausgekommen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall gibt es da einen ordentlichen Wald, wo wir, äh, in der Theorie zumindest, ordentlich was, ähm, fällen könnten. Könnten wir aber auch hier machen. Wie gesagt, wir werden ja am Anfang ein bisschen... Hm, guck mal, und hier gibt es sogar andere Bäume. Wir werden am Anfang mit Sicherheit noch ein bisschen, ähm, die Umwelt verunstalten. So. Und da ist unsere Pferdefalle. Oh, Mann. Okay. So. Und wie gesagt, hier ist die Poolparty. Da drüben ist eine coole Höhle. Da unten sind auch ein paar lustige Sachen. Die Mobs sind noch ein bisschen extrem stämlich. Da könnte ich eigentlich mal gucken, ob es Updates gibt. Das sollte ich vielleicht eigentlich vor der Aufnahme machen. Aber da ich ja eh so verpeilt und planlos bin und alles Mögliche, äh, mache ich sowas natürlich nicht. Wir sind echt von Schnee umzingelt. Und ich glaube, ich beschließe jetzt einfach mal, dass ich halt die Zinnen irgendwie mache. Damit wir da auch mal vorwärts kommen. Wir können das eigentlich mal von der anderen Seite uns angucken, wie das so ausschaut. Was wir hier vorne ja eh noch brauchen, ist, ähm, eigentlich mehr eine Fläche, ne? Um die Bürgen rum haben sie ja eh immer diese, diese Bäume gerodet. Also insofern... Wird es da in der Hinsicht wahrscheinlich irgendwann mal... Ach, scheiß Endermänner. Okay, die Lage ist hier vielleicht eigentlich auch gar nicht so toll. Okay, ich sehe auch die Burg hier gerade nicht so richtig. Wie gesagt, die Endermänner. Okay, dann schauen wir hier uns das mal an. Was schaut denn am besten aus? Das da, das da oder das da? Also so burgentechnisch schaut es schon so eher so aus, würde ich sagen. Der Rest ist alles so irgendwie so ein bisschen... Naja. Aber was wir uns natürlich geben müssen... Also, ich würde dann mal schwarze Wolle... Die will ich doch gerade gar nicht. Ich würde hier ganz gerne Kopfsteinpflaster haben. So. Dann schauen wir hier mal. Und da muss ich eigentlich sagen... Da müssen schon Stiefchen rein, oder? Eigentlich schon, ne? Dann würde man nämlich hier sagen... Dings... Und da muss ich ja die dann auch noch abhauen. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Jawohl, habe ich. So. Dann machen wir dich mal weg. Weg und dich mal weg. Und dich mal weg. Und dich mal weg. Dich mal weg. Und dich mal weg. Und euch mache ich auch alle weg. So. Dann mache ich den da weg. Und den da, und den da, und den da, und den da, weil ich dann eh gucken muss, wie es hier weitergehen soll. So. Und die will ich auch nicht mehr haben. Und den nicht, 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 und den nicht. Verdammt. Okay. Dann haben wir jetzt hier die Treppen, und dann würde ich mal so sagen, du kommst da hin. Und dann kommen hier die Zinnen, alle zwei Dinger hin. Und wenn man halt nicht aufpasst, dann flickt man halt runter. Aber das ist halt so. So. Dann bleibst du mal hier, bitte. Danke. Zack. Zack. Und zack. Und das wird sogar hinkommen. Dann würde ich aber hier ganz gerne jetzt, ähm, na, das war natürlich falsch, die Spitzhacke. Ich habe auch keine mehr, ne. Habe ich Holz dabei, habe ich auch nicht. Zack. Und zack. Und das hier wäre auch noch, zack. Genau. So, und dann müsste ich dich hier weg machen, aber das ist ja in Ordnung, dann machen wir das halt. Auf der Innenseite braucht man das nicht. Auf der Innenseite braucht man keine Zinnen. Und dann machen wir hier, 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 hier. Hier, hier, da noch einen hin. Und dann wird es auch wieder Zeit, ins Bettchen zu gehen. Und außerdem neue Steine aus dem Steinlager zu besorgen. So. Und dann gehen wir auch schon wieder ins Bettchen. So, guten Morgen. Dann schauen wir mal. Haben wir hier Steine, ja? Andesit, Kies, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster. Den hätte ich gerne nicht. Hier habe ich hier noch Werkzeuge. Da haben wir Erde. Die können wir auch gut gebrauchen irgendwann. Aber nicht jetzt so. Dann würde ich hier ganz gerne mal hier oben die Zinnen vervollständigen. Und zack. Und dann machen wir den gleichen Spaß auf der anderen Seite auch noch. Und dann müssten wir eigentlich mit der Wehrmauer schon fast fertig sein, oder? Ich meine, wir können jetzt darüber diskutieren, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr Wehr aufbringen müssen, oder einbringen. Oder wie auch immer. So, da, 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 da. Und das funktioniert ja mega. Also wäre das hier, 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 hier. Und hier. Genau. So, dann sollte ich doch eine Spitzhacke irgendwo haben. Zur Not muss man uns halt wieder eine basteln. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich noch irgendwo eine rumgeistern habe. Ähm. Da habe ich nur eine Pike. Da habe ich hier unten noch irgendwas rumgeistern. Da ist wieder Erde. Da sind irgendwelche Steinarten. Hier habe ich Bücher. Ah, ne, da habe ich Farben. Warum auch immer. Wahrscheinlich stehe ich auf perverse Spielarten. Wenn sonst... Ach, wahrscheinlich ist es nicht mal mein Bett, ne? So, dann haben wir hier... Da haben wir eine Spitzhacke. Das ist gut. Boah, wo ist hier der Zombie? Wahrscheinlich eins tiefer, ne? Habe ich eigentlich noch Schwerter? Ja, ich habe noch Schwerter. Ja, gut. Interessiert mich gerade nicht. Ich will die Mauer da oben... ...ein bisschen verbessern. So, eigentlich bräuchte ich ja noch Schießscharten. Oder wie seht ihr das? Also, das heißt, der müsste weg. Der müsste weg. Der müsste weg. Und... Der bleibt Vale. Das schon ein Teil der Mauer-Aussicht ist. So, da unten ist Creepy. Creepy Sneepy. Okay. Wunderbar. Gut. Dann bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Ähm... Wir wollten ja... ...hier vorne ein bisschen umgestalten, ne? Also, wir haben jetzt hier so lustig Burg. Aber Burg bedeutet ja eigentlich auch, wir brauchen einen Wehrgraben. Und Burg bedeutet auch... ...wir brauchen ein Tor. So, das heißt... ...ich bräuchte jetzt ne Schaufel... ...und müsst hier... ...zwei oder drei... ...so Dinger weggraben. Und eigentlich... ...noch ein, oder? Okay. Es ist entschieden. Noch zwei. Habe ich noch ne Schaufel. Ja. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da wieder reinkomme. Sonst kann das recht schnell recht tödlich enden. So. Die Breite von drei ist in Ordnung, oder? Oder machen wir lieber fünf? Fünf ist auch eigentlich gut. Ja, fünf ist ne gute... ...gute Breite. So, und dann können wir uns hinterher noch überlegen... ...ähm... ...das nächste Holz. Warum meine Inventory Tweaks das gerade nicht nachladen, verstehe ich nicht. Ich dachte eigentlich, das hätte mal funktioniert. Warum es jetzt nicht mehr funktioniert? Keine Ahnung. Okay. So. Gut. Also, was wir hier jetzt machen, ist, wir graben, halten, graben. Was aus Sicht, ähm... ...des Steinbruches ein bisschen lächerlich ist. Aber nun gut. Bis zum nächsten Mal.